Ich habe in meinem Leben vieles getan, das andere bereuen würden. Ich bereue nichts. Du hast mich 24 Jahre lang belobt. Es ist keine Lüge. Es ist die Wahrheit. Deine Wahrheit. Ich habe ein Abschiedsgeschenk. Für Sie alle. Was auch immer Clarissa mit dieser völlig absurden Geschichte vorhat. Das ist einfach nur krank. Das wäre dein Pest. Ich verstehe, du hast es nicht, Affe. Du verstehst. Affe! Du musst nicht mehr vergeben. Ich habe jetzt das Recht, hier mitzuentscheiden. Du hast hier gar kein Recht mehr. Weißt du, was jedes Mal das Schlimmste ist? Wenn du wieder weg bist. Du hast eine andere. Immer wenn die Familie mich ärgert, komme ich her. Zum inneren Ausgleich. Nicht, dass ich sie nicht liebe. Nein, ich würde alles für sie tun. Jede Gefahr beseitigen. Eine Gefahr wie Clarissa? Pull! Papa, das kannst du nicht machen. Mich hat man besser zum Freund als zum Feind. Was auch immer da drauf ist und was du damit machst, ich will es nicht wissen. Oh Gott, auf unserem Grundstück sind zwei Menschen gestorben. Hier sind sicherlich schon mehr Menschen gestorben. Bei den Vorbesitzern. Du willst die RTL zurückholen, richtig? Das ist unsere Firma, Carla. Und unser Schloss. Grüne Mode, Nachhaltigkeit und so, das wollen wir ja beide. Ihr seid alle Teil der Veränderung. Du kannst die Zukunft nicht aufhalten. Ich kann dich aufhalten. Ich will das nicht mehr. Was? Dich. Du hast keine Ahnung, was noch kommt. Klarissa von Anstetten. Du Miststück.